Hallo alle zusammen, hier ist Herr Werner und ich melde mich bald aus der Schule bei euch und ich wollte euch sagen, dass ihr bei mir in der Wie geht das AG Fragen nachgehen könnt, die euch schon immer beschäftigt haben und wir werden zusammen versuchen, die alle miteinander zu beantworten. Das können so Fragen sein wie, warum ist der Himmel blau oder warum ist die Banane krumm oder wieso kommt Wasser aus dem Wasserhahn, warum ist es sinnvoll, eine Maske zu tragen und alles, was euch sonst so beschäftigt hat. Also wenn ihr Lust habt, mit mir diese Fragen zu beantworten oder jedenfalls nach einer Antwort zu suchen, dann seid ihr herzlich willkommen bei mir an der AG teilzunehmen. Bis dann, ich freue mich.